Von der CSU, Günther Beckstein, der im Interview sagte, also mit zwei Maßen Bier kann ich noch super Autofahren. Da habe ich gedacht, okay, komm, guter Mann, das ist einer von uns. Und Kasten Bier, eine Flasche Korn, die stört mich nicht beim Autofahren, ne? Aber das ist richtig, man hat ja ein eigenes Körperempfinden, man weiß doch selber, was man verträgt. Also ich zum Beispiel bin jetzt kein großer Biertrinker, aber wenn ich, sage ich mal, ich zwei Flaschen Rotwein getrunken habe, kann ich auch noch super einen Schulbus fahren. Und das würde ich mir nüchtern nicht zutrauen.